Hallo, mein Name ist Malte Kallee. Ich bin jüngstes deutsches Mitglied im Europaparlament. Und für mich ist die EU schon immer die größte Errungenschaft auf unserem Kontinenten, weil sie uns so unendlich viele Freiheiten gibt. Ob es das Reisen ist, ob es das Zahlen mit dem gleichen Geld ist, ob es einfach die gleichen Regeln für alle sind. Weil das bringt uns wirklich vorwärts. Wenn ich daran denke, was momentan hier alles passiert, wie die EU unter dem Schuss steht, ob es aus dem Osten ist mit dem Angriffskrieg Putins oder ob es aus dem Südosten ist mit Bestechung von Katar, wir alle haben die Verantwortung, unseren Kontinent weiterzuentwickeln. Und genau das ist mein großer Wunsch für die EU, dass es immer weiter vorwärts geht, dass wir die europäische Integration immer weiter vorantreiben, weil nur in der europäischen Gemeinschaft können wir die großen, riesigen Herausforderungen auf unserem Kontinent wirklich angehen. Wir können nur gemeinsam die Klimakrise lösen. Wir können nur gemeinsam dafür sorgen, dass es wirklich allen Menschen auf dieser Welt gut geht. Und genau deswegen glaube ich, ist es unglaublich wichtig, dass wir die europäische Integration in alle Richtungen weiter treiben, dass wir wegkommen von diesem Einstimmigkeitsprinzip, dass wir Mehrheitsentscheidungen akzeptieren in allen Bereichen und dass wir nicht mehr die Möglichkeit lassen, dass Einzelne es schaffen, einen super wichtigen Prozess einfach so aufzuhalten. Deshalb glaube ich, ist Europa die Zukunft und wir müssen wegkommen von nationalstaatlichem Denken und uns wirklich als Europäerinnen und Europäer fühlen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.